Wir Schüler vom Heinrich-Heine-Gymnasium haben uns gefragt, was eigentlich der erste Bürgermeister macht und dazu den ehemaligen ersten Bürgermeister Ort in Runde interviewt. Er war von 1997 bis 2001 erster Bürgermeister in Hamburg. Jetzt führt er uns durchs Rathaus. Das ist das Tagungszimmer des Senats. Dies ist das goldene Buch der Stadt. Wir haben Ort in Runde im Bürgermeisteramtszimmer interviewt. Was ist die wichtigste Aufgabe eines ersten Bürgermeisters? Zu regieren. Okay, und genauer? Genau. Der Bürgermeister, der erste Bürgermeister ist ja der Präsident des Senats. Er wird von den Wählern gewählt und dann im Parlament, indem er Spitzenkandidat seiner Partei ist. Und da muss er eine Koalition bilden, eine Regierung bilden. Und er ist der Regierungschef, der Chef der Regierung in Hamburg. Wollten Sie denn schon immer Politiker werden? Puh, ich war immer ein Zoo- und Politikon. Das kommt aus dem Griechischen. Das ist so ein politisches Urtier und ein politisches Wesen. Aber Berufspolitiker war eigentlich nicht mein Lebensentwurf. Jetzt wissen wir Bescheid. Es war ein sehr interessanter Besuch im Rathaus. Was ist und untersehen? Das wird uns wichtigste Support.